Hallo, in diesem Video ganz kurz gezeigt, wie kann ich meinen Root-Server, der normalerweise bisher nur über eine IP ansprechbar ist, mit einer Domain verbinden, sodass diese also auch demnächst mit www.irredomain.de ansprechbar wäre. Ich kann es natürlich nicht absolut zeigen, ich kann das nur zeigen, wie das jetzt hier bei mir funktionieren würde. Wir benutzen für unsere Domains den Dienstleister uniteddomains.de. Es gibt andere, die das allerdings grundsätzlich wahrscheinlich gleich machen, weil sonst würde es nicht so viel Sinn machen. Das Ganze ist nicht kostenfrei zu haben, die Domain an sich kostet auf jeden Fall immer Geld. Das Einzige, was eventuell kostenlos zu bekommen ist, ist eine sogenannte Subdomain. Das ist dann allerdings nicht genau das gleiche. Legen wir direkt mal los. Hier meine AWS-Konsole, Server 20, ist jetzt hier gestartet und der ist ansprechbar über die IP 50.17.67.144. Habe ich jetzt hier auch schon aufgerufen. Hier bin ich mit der Konsole drauf verbunden. Das ist die HTML-Seite, die wir hier auch sehen. It works. Und da haben wir hier auch It works. Ich bin jetzt hier nun mal mit 4 reingegangen, um das Ganze hier kurz zu editieren, damit wir auch nachher den Unterschied sehen, dass das auch wirklich funktioniert. Ich schreibe da jetzt einfach mal, es funktioniert. Da rein, Bindestrich, It works. So, dann mache ich mir nicht viel Mühe. Schreiben und raus da. Wenn ich jetzt nun hier auf Reload drücken würde, dann würde das auch direkt entsprechend angezeigt werden. Dann haben wir allerdings keinen besseren Vorher-Nachher-Effekt, wenn die IP oder die Domain-Umleitung auch funktioniert. Deswegen werde ich das jetzt hier noch nicht reloaden. Hier jetzt also United Domains. Die geben mir, wir sehen jetzt hier, sie konfigurieren gerade die Domain semper.tv.de. Das ist eine Domain, die haben wir uns mal gesichert. Die benutzen wir allerdings nicht wirklich, beziehungsweise nur für solche Zwecke. Also, semper.tv. Wenn Sie demnächst im Internet, also www.semper.tv.de in Ihrem Webbrowser eingeben, dann sollen sie halt demnächst weitergeleitet werden zu der IP 50.17.67.144. Was diese Domain hier sein müsste. 50.17.67.144. Um das jetzt hier einstellen zu können, brauche ich die sogenannten DNS-Einträge. Also werde ich jetzt hier einfach auf diesen Button klicken. Und schon sehe ich hier die entsprechenden Konfigurationsmöglichkeiten. Host-Konfiguration zählt jetzt für mich, der A-Eintrag, IPv4, IPv6. Hier muss ich also die entsprechende IP eintragen. Und für den Fall der Fälle, dass ich wünsche, dass die Domain mail.semper.tv.de, das ist normalerweise die Möglichkeit, um einen Mail-Server, der dort ebenfalls läuft, entsprechend direkt mit anzusprechen. Ich kann allerdings auch den Mail-Server auf jedem anderen Server laufen lassen. Einfach hier eine andere IP eintragen. Also, was ich jetzt machen muss, hatte ich ja quasi gerade schon gesagt, ich muss jetzt einfach nur diese IP nehmen. Steuerung C und das Ganze hier einfügen. Am Ende Speichern klicken. Und schon bekomme ich hier die Bestätigung. Die Änderungen wurden erfolgreich übernommen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Ganze jetzt bis zu 24 Stunden dauern kann, bis es sich im Internet rumgesprochen hat. So, und darauf müssen wir jetzt auch warten. Aber nicht unbedingt 24 Stunden. Deswegen, wie man das relativ schnell feststellen kann, einfach anpingen. Ping www.semper.tv.de So, schicken wir ab. So, derzeit kommt hier noch als Antwort die 5017871.1. Ich bekomme allerdings nicht wirklich eine Antwort. Es ist nur schon entsprechend aufgelöst worden. Warum bekomme ich keine Antwort? Weil diese AWS-Server normalerweise nicht zurückpingen. So, deswegen bekomme ich jetzt hier keine richtige Antwort. Ich bekomme allerdings hier die Auflösung der DNS-Werte. Und das jetzt nochmal schnell hier verglichen. Was brauchen wir? Wir brauchen am Ende die 144. So, die haben wir jetzt noch nicht. Da müssen wir jetzt hier wirklich warten. Und wir werden natürlich jetzt nicht stundenlang das Video mitlaufen lassen, sondern einfach mal einen kleinen Cut einbauen. Damit das nicht so lange dauert. So, hier haben wir das Ganze jetzt immer noch nicht aktuell. Der DNS-Server, der jetzt hier die Aktualisierung noch nicht bekommen hat, ist jetzt zum Beispiel der DNS-Server von meinem Provider. Schalten wir mal um auf unsere Ubuntu-Virtuelle Maschine. Hier haben wir als DNS-Server eingetragen 8888. Das ist, für all diejenigen, die das nicht wissen, wir haben es mal in einem eigenen Video beleuchtet, und das ist Google. Das ist ein öffentlicher DNS-Server von Google. Und wenn wir jetzt hier in die Konsole springen, ping www.sempertv.de, dann bekommen wir hier schon die neue IP geliefert. Das heißt, der DNS-Server von Google, der ist jetzt etwas schneller mit seiner Aktualisierung vorangekommen. Das heißt, hier wird es jetzt schon funktionieren. Machen wir also weiter auf zwei Maschinen. Ist auch kein großes Problem. Letzter Test hier. Okay, hier haben wir immer noch die alten Daten. So, das bedeutet jetzt also, dass wenn ich jetzt www.sempertv.de eingebe, in der Ubuntu-Virtuellen Maschine, weil hier die Aktualisierung ja noch nicht durchgeführt wurde, dann bekomme ich jetzt hier die geänderte HTML-Seite angezeigt. Die geänderte Seite, die wir jetzt eben hier geändert haben. Habe ich jetzt hier allerdings schon wieder geschlossen. Testen wir das Ganze also einfach. Einfach mal Standard-Webbrowser aufrufen und diesen zu www.sempertv schicken. So, und hier haben wir jetzt, es funktioniert, it works. Und hier auf unserem Windows-Rechner, da haben wir das jetzt hier unter dieser IP auch, wenn wir es denn aktualisieren. Genau, jetzt haben wir es hier auch. Also, so geht es, die Verbindung einer Domain mit einer IP. Schauen wir mal, ob es jetzt geschnallt hat. Immer noch nicht. Okay, okay.